Herzlich willkommen zurück zu Secret of Mana 2 bzw. Seiken Densetsu 3 und eine kleine Sache. Ich habe vier Stunden Aufnahmen in den Sand gesetzt. Ich weiß nicht wieso. Die Aufnahme war einfach nur noch am Ruckeln. Es waren Standbilder ohne Ende. Keine Ahnung warum. Also lustigerweise der Anfang war okay und das Ende war okay. Aber alles was dazwischen war, war nicht okay. Das war nicht so cool. Deswegen versuche ich jetzt um alles neu aufzunehmen. Deswegen habe ich auch Glück, dass ich immer einen Safestand in der Hinterhand behalte. Ich habe auch gleichzeitig noch den Emulator geupdatet. Da habe ich eine neue Version bekommen. Das ist ein bisschen weniger CPU sogar frisst. Also ein bisschen mehr Performance. Vielleicht habe ich ja Glück. Mal gucken. Also Higan ist jetzt noch ein bisschen schneller geworden in der Performance Version. Vielleicht habe ich Glück und das reicht. Außerdem werde ich jetzt beim Streamen einen anderen Codec benutzen, weil der andere aus Irgendwunden nicht mehr funktioniert. Wenn ich denn sobald ich starte beim Streamen, Ende. Finito. Geht nicht mehr. So. Dadurch aber dass ich jetzt natürlich schon weiß, was jetzt in den nächsten paar Stunden passieren wird, kann ich nicht mehr ganz so überrascht sein. Aber gut. Ich habe drei Bosse noch gemacht, glaube ich. Ja, das kann ich schon mal sagen. Drei Bosse. Und mehr sage ich aber auch nicht. Und ich habe sehr viel gefarmt. Also man muss nachher sehr, sehr viel Geld farben. Ich kann ja schon mal sagen, wenn das passiert, dann werde ich einen Schnitt machen und dann werden wir da weitermachen auf YouTube, wo dann das Farmen fertig ist. Weil man will sich nicht zwei Folgen angucken, wie ich farme. Das wird nämlich so lange leider gehen. Und dann haben wir noch, ähm, ach ja. Durch die neue Version des Emulators ist jetzt eine Color Emulation an. Kann ich zwar theoretisch ausschalten, aber irgendwie sieht so schwarz wenigstens schwarz aus. Also wenn ihr euch mal die alten Folgen ansieht, da ist schwarz immer so gräulich. Kann natürlich auch daran liegen, dass mein Bildschirm falsch eingestellt ist. Aber das sah auch auf meinem Handy so aus. Äh, selbst auf YouTube. Und jetzt ist das hier nicht mehr der Fall. Gefühlt jedenfalls. Und deswegen hoffe ich, dass das jetzt besser funktioniert hier. Und meine CPU-Ausgabe ist momentan nicht auf 100%. Das war vorher immer, also auf 90%. Das war vorher immer so 90, also 80 bis 90%. Jetzt haben wir gerade mit allem Stream aufnehmen plus Emulator am Laufen 80% maximal. Also, und eigentlich, die meiste Zeit sogar 60. Also das ist schon mal wesentlich weniger. So, das erste, was wir jetzt machen, bevor wir jetzt nach Altena in ein Schloss reingehen, ist das hier. Wir pflanzen mal ein paar Samen ein. Das habe ich mir in der letzten Aufnahme schon gemacht. Ich habe das mal voraus probiert und jetzt weiß ich auch, was da rauskommt. Dann kriegen wir einfach Items durch die Samen. Die pflanzen wir jetzt einfach alle ein. Ich sehe keinen Grund, das nicht zu tun. So. Und dann wollte ich ja, dann habe ich ja noch gesagt, ähm, ich möchte mal gucken, was, ähm, was wir machen müssen fürs, für, für Leveln und, äh, mit Stats pushen für Magie und so. Ich bin nicht wirklich schlauer daraus geworden. Weil die ganzen FAQs sind echt seltsam geschrieben teilweise. Ähm, ich weiß aber, dass wir noch ein, äh, besseres Schild, äh, was heißt besseres Schild, wir können einfach noch Schilder kaufen für Doran, das weiß ich. Und wir können, ähm, und man braucht für die nächste, ähm, für den nächsten Klassenwechsel brauchen wir noch gewisse Items, die man auch durch Samen kriegt, die man so einpflanzt. Aber diese Samen haben wir noch nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo wir die herkriegen. Da werde ich mich nochmal noch schlau machen bis zur nächsten Aufnahmesession. Äh, aber ansonsten... Oder war das für die besten Waffen? Ich bin mir grad nicht sicher. Egal. Denn das hat jetzt erstmal nichts in dieser Aufnahmesession zu suchen. Und wir haben eine Walnuss bekommen. Yay! Ein Fortun hat ins Ganze aber. Es war ein Boss dabei, den ich gemacht habe in der letzten Aufnahmesession, der echt nicht, ähm... Da hat der Kampf sehr, sehr lang gedauert, weil ich etwas nicht dabei hatte, sag ich mal. Und das werden wir diesmal, ähm... Auf jeden Fall beachten. Auf jeden Fall beachten. Dann weiter hingehen. Ich hoffs zumindest, dass ich dran denke. Dann wird der Kampf nämlich wieder eine halbe Stunde dauern. Ja, der Kampf hat eine halbe Stunde gedauert, der Kampf. Ja, das war ein bisschen ärgerlich. So. So. Haben wir dann das jetzt hier bald alles. Die Rocky-Statuen noch erhalten. Jawoll. Dann kriegen wir da jetzt eine Feuerechsenklaue. Jawoll. Und dann kriegen wir hier eine Schlangenschuppe. Auch nicht schlecht. Das ist übrigens kompletter Zufall, was man da bekommt. So, je nach Samen kann man entweder so Wolf-Items kriegen. Oder eben Heil-Items. Oder... Was war das andere denn jetzt? Das habe ich vergessen. Äh... Egal. So, wir haben es. Das heißt, wir gehen jetzt weiter. Also wundert euch nicht, wenn die Farben ein bisschen anders sind jetzt. Aber ich habe das Gefühl, so sehen die Farben eigentlich besser aus. Das ist mehr Nintendo-like, finde ich. Aber vielleicht irre ich mich auch. Diejenigen, die sich da besser auskennen, was das angeht, die dürfen sich gerne malben. Und sagen hier, das ist ähm... Macht das wieder rückgängig, statt andere sah besser aus. Ich weiß nicht. So. Okay, jetzt gehen wir endlich mal ins Schloss von Altena. Wo wir ja schon die ganze Zeit hinwollten. Und kriegen jetzt mal direkt einen auf die Mütze. Auch nicht schlecht. 79. So. Okay. Sieg! Aber nicht so. Da ist eine Tür, da kommen wir nicht rein. Irgendwie. Gucken wir erstmal links. Schauen wir mal, wo er... Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich jetzt hier lang laufen muss. Das ist gar nicht so lange her, als ich es gemacht habe. Ich habe mich gestern erst. Aber... Ich habe schon wieder vergessen, wo ich hin muss. Egal. So. So. Auch wieder ein Sieg. Magier, Steel Boy. Ja, Steel Toy, ne? So. Level 27. Das heißt also, wir sind zwei Level über uns. Müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Aber auch wieder ein Sieg. Momentan schnell sind wir uns hier ganz gut durch. Und ein Sternkraut erhalten. Yay! Und verstaut. So. Hier sind... Naja gut. Da kommen wir nicht rein. Da haben wir eine Kiste. Kommen wir dann da zur Kiste jetzt? Nein. Das ist eine Sackgasse. Warum ist da unten in der Sackgasse oder in dem anderen Raum... ein Fass? Ah, ich weiß wieder. Da ist eigentlich ein Item drin. Spoiler. Ja, sorry. Aber das... Ist ein bisschen schade. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich das jetzt alles weiß. Tatsächlich. Noch eine Kiste. Aber das macht das Spiel nicht leichter. Muss ich dazu sagen. Ähm. Und die Gegner sind schon teilweise hart, die jetzt kommen. So. 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 Ich finde es übrigens seltsam, dass Kraftwasser jetzt von Luna gecastet wird und nicht von Froster. Das ist etwas, was ich echt seltsam finde. Und blablab für Kevin. Okay, was geben wir denn denn? Ein bisschen mehr Stärke, würde ich sagen. Kann man gar nicht, hat er Maximum. Dann kriegt er... Intelligenz können wir denen auch nicht geben. Ein Küchergeist. So, hat er davon. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier. So, bum bum erhalten. Das habe ich ja schon gespoilert. So. Ähm. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Ach, jetzt sind wir hier, okay. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Jetzt weiß ich wieder, wo ich hin muss. Haha. Oder auch nicht. Okay, Sackgasse. Oder ist hier vielleicht noch ein Secret oder so? Nein. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Loch. Das ist schlimm. So. Okay. Wieder Hark heilen. Da kriege ich hier eine auf die Mütze. So. Und was macht er eigentlich Kevin? Da steht ja nur doof rum. Obwohl hier ein Gegner ist. Kämpf doch mal. Sieg. Keine Kiste. Okay, weiter geht's. Bauen wir uns erstmal rechts um. Was haben wir denn hier? Ich werde übrigens jetzt nicht allzu viel aufnehmen, weil ich erstmal gleich testen möchte, ob wirklich alles funktioniert. Also ob nicht schon wieder tausende Frame Drops sind und so weiter. Aber momentan lese ich auch nicht rechts von mir. Auf einem anderen Bildschirm. Was von? Kodierung überladen. Sowas lese ich gerade nicht. Das gefällt mir. Das freut mich tatsächlich sogar. So. Hawk. Was können wir bei dir verbessern? Die Vita. Du brauchst unbedingt mehr Leben, mein Freund. Ui. Voll auf Duran. Okay. Kleine Drecksäue. Und wieder eine Stärke. Ähm. Quatsch. Level up. Diesmal für Duran. Und Duran kriegt. Mehr Stärke. Oder mehr Geist. Ich glaube, ich muss Geist pushen, damit ich weniger Magie-Schaden kriege. Ich bin mir aber auch ehrlich gesagt nicht sicher. So. Bonbon-Hauke. Da oben kann man noch rein. Frag ich natürlich, ob wir da rein müssen. Das weiß ich nicht. Äh. Vorher heilen wir uns mal. Das hier ist wohl die Küche. Dann gehen wir mal da oben rein. Was haben wir hier? Sackgassen. Nur Sackgasse. Ja. Hier können wir rechts rein. Ja gut. Und dann links auch wahrscheinlich. Du bist spät dran. Gib mir das Mana-Schwert, wenn du die Königin oder die Fee Leben wieder sehen willst. Du. Du elender Feigling. Es tut mir leid. Aber Schmeichelein bringen dich nicht weiter, Duran. Ich nehme mir jetzt das Schwert. Bewegst du dich auch nur einen Schritt? Sind beide tot. Das Mana-Schwert ausgehemmlicht. Solche Kraft. Solche Schönheit. Wie passend, dass es nun mir gehört. Ich wünsche nur, es würde nicht so schwer werden. Äh. Haha. Vielleicht möchte das Schwert nicht von deinen Feiglingen wie dir gehalten werden. Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, warum man ihn erpressen muss, wenn er doch angeblich, äh, doch viel stärker ist als Duran, äh. Das Mana-Schwert spiegelt die Seele seines Besitzers wieder. Egal, ob gut oder böse. Wir werden es mit der Kraft des Drachenkaisers in ein Schwert der Dunkelheit verwandeln. Äh. Ja, jetzt. Das Schwert beginnt mich als einen Besitzer anzuerkennen. Was? Wir verschwenden unsere Zeit. Jetzt lassen wir die Gottesbästchen frei. Wer ist denn das da auf dem Boden eigentlich? Ist das die Königin? Was zur Hölle? Ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Abmachung? Dachtest du wirklich, dass ich die Fee einfach so aushändige? Haha. Du Lügner. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Lass uns das hier. Und jetzt. Ausfechten. Komm schon. Kämpfe. Es spielt keine Rolle. Wenn ich sie nicht töte, werden es die Götterbestien tun. Wisst ihr was? Ich lasse euch alle am Leben. So habt ihr die Möglichkeit, das Ende der Welt mit euren eigenen Augen zu sehen. Hahaha. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Der ist stärker. Der flüchtet. Der lässt uns am Leben. Da müssen wir was machen können. Es tut mir leid. Fee, geht es dir gut? Mach dir keine Sorgen. Du kannst nichts dafür. Sie versuchen, die Gottesbästchen wiederzubeleben. Was sollen wir machen? Dann hat es begonnen. Die Manascheine sind im Begriff, auseinanderzubrechen. Schließt eure Augen. Ne. Schließt eure Augen. So. Entschuldigung. find ich nicht. going. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020